Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 4 und heute redet der PS4 circa YouTube Gamescom nicht über Pepperspray, nein über Tanzverbot und ich hab ihm auf Twitter schon ein paar Nachrichten geschickt jetzt und zwar versuche ich jetzt mit Tanzverbot eine Partnerschaft zu machen, dass wir beide, Tanzverbot und ich, den Kampf gegen die Geldgeilen YouTuber wieder aufnehmen und Tanzverbot ist für mich eine Legende, ein mutiger Ritter, ein Paladin, ein Illuminati, ein Moslem, alles in einem, er ist gegen Montana Black, er ist gegen Commander Krieger, das ist toll, wunderbar, so was brauchen wir hier und ich sag euch ganz klar, ich sag euch ganz klar, ich sag euch ganz klar, wenn ihr irgend so ein Geldgeiler YouTuber irgendwie auf meinem Kanal irgendein Kommentar hinterlässt, dann gibt's aber Ärger, das kann ich euch sagen, das ist kein Spaß mehr hier Leute, ja moin moin hier, guck mal hier YouTube Gamescom, gut durchtrainiert hier, Achtung, ja, da kriegt ihr Angst, oder? Und meine Kugelsichere Reste habe ich auch schon, komm her, komm Krieger, komm zu mir Papa, komm Monte, komm Montana Pink, kämpfe wie ein Mann, aber du hast wahrscheinlich Angst. Tanzverbot, das ist ein Bewerbungsvideo, ich hoffe du siehst dieses Video und wir können zusammen eine Partnerschaft machen, dass wir uns in der Abo-Box vielleicht verlinken und würde ich auch in meine Abo-Box packen und dann können wir kämpfen gegen die Geldgeilen YouTuber da oben. Ciao! Und edit mich auf der PS4, YouTube Gamescom.